Moin Leute, was geht? Rektalefx hier und ja, heute kommt mal wieder der Designer des Monats mit dem Sub-Flex. Ja, moin. Dem Subi von ARK. Hallo. Beginn. Dag. Beginn. Ich soll beginnen? Ja, mit deinem Designer des Monats. Mein erster Designer des Monats für... Warte, was war denn das für einen Monat? Das war... Wir haben jetzt November. August, glaube ich. Das war für Oktober gewesen. Hä, was für August, Alter? Nein. Ja, Oktober dann. Ja. Ne, August hatten wir, ne? Ja, das war Tyrox. Also, für Oktober jetzt, Deiner. Alter, halt die Fresse jetzt. Ja, jetzt beginn. Also, für August habe ich den MyNameIsBex. Auch ein guter Designer mit 844 Abos. Und, joa, hat jetzt... Im Hintergrund natürlich ein paar Intros von ihm. Wie immer und klar. Okay, erzähl was von ihm. Also, der Typ, der ist 33 Jahre... Nein, keine Ahnung. Er macht Infos. Für 7,50 Euro bis 10 Euro. Echt? Alter, der ist für... Ja, das ist wirklich billig. Der geht verlaut. Er hat Instagram. Ist schon geil. Er hat ein Intro für Apokalypto Red und für den Apokalypto Clan gemacht. Joa, ansonsten, ganz cooler Typ. Ja, ist halt schon geil. Okay, dann habe ich meinen, weil ich habe ja den von Tyrox erst später hochgeladen, das Video. Und deswegen habe ich nur einen für den November. Und zwar den Slash Graphics. Er macht Intros. Und zwar für verschiedene Preise. Also, einmal... Er macht 3D-Intros für 25 Euro. 2D-Intros für 10 Euro. Und 2,5D-Intros für 15 Euro. Er hat eigentlich so an sich noch von niemandem ein bekannten Intro gemacht. Aber er macht auf jeden Fall ganz keile Intros. So ganz anderer Style, als man den so kennt. Und deswegen ist er eigentlich ganz geil. Den habe ich eigentlich jetzt schon richtig lang so gesehen. Und schon richtig lang überlegt, dass ich den als die Seite des Monats mache. Aber wir kamen wieder zu einer Subflex-Fingerman Franklin. Und ja, im Hintergrund natürlich noch ein paar Intros von ihm. Können einfach mal vorbeischauen. Und ja, jetzt kommen wir dann noch mit einem Zweiten. So, mein Zweiter ist der 4 Corner League. Der hat mit seinen 233 Abos definitiv zu wenige. Macht relativ dubstep-lastige Intros. Aber ich feiere sie. Macht ab 300 Abos Intros for free. Und unter 300 Abos Mindestgrenze ist bei 5 Euro mit PSC. Ja, den werden wir euch auch als drittes in die Beschreibung ballern. Genau. Und hier im Hintergrund auch mal wieder Intros von ihm. In dem Hintergrund ist alles. In dem Hintergrund, ja. Alles frisch, du. Genau. Und dass bei mir die Stimme sich nicht wie von Arsch anhört. Bei einem Subflex habe ich jetzt mal aufgenommen. Ey, das muss ich dazu sagen. Ich habe mir aber auch ein Mikro hier. Ich habe ein Mikro. Echt, du hast ein Mikro? Ich habe ein Mikro. Und ich höre, ich bin hier gar nicht mehr doppelt. Ja, ich habe aber kein Headset. Ach, egal. Okay. Auf jeden Fall. Die drei sind alle in der Beschreibung. So in der Anordnung, wie wir sie vorgestellt haben. Im Hintergrund habt ihr jedes Mal von ihnen ein paar Sachen gesehen. Und ja, dann bis zum nächsten Monat. Und ja, bald kommt auch noch so. Und alle drei sind jetzt in ARK drin. Genau. Und es wird auch eine Dingsbums-Challenge daraus kommen. RC-Recubement-Challenge. Genau. Die kommt jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht sogar heute noch. Wir müssen schauen. Damit ihr in ARK kommt, müsst ihr ein Video hochladen, wie ihr ein bisschen Code nascht. Genau. Und das halt so ein bisschen editieren. Da hast du Bescheid bei Effekte drauf. Substep-Musik, ein bisschen Sexy Lens und so. Ja, und wenn das uns natürlich gefällt, dann kommt dir ein ARK. Und das ist dann schon ein geilen ARK zu sein. Also, da will jeder rein. Ja, jeder. Und ja, auf jeden Fall bis zum Dezember. Wir haben jetzt zwar den 24.11., ne? Aber wir probieren einfach mal so am 1. Dezember dann das nächste Video zu machen. Oh Mann. Mit Decider des Monats. Ich bin da aber niemanden. Okay, also bis dann. Meine Freunde. Ja, schreibt in die Kommentare so ein paar Leute, die euch gefallen und ciao. Tschüss.